Leute, kommt seit neuen Let's Plays Platoon Online und ja, wir spielen mit der Waffe, ähm, mit dem Zielkonzentrator. Habe ich mir geholt, weil ich bin jetzt still 13 und ja, habe ich mich hochgekämpft, wieder mal. Und ja, wir spielen wie immer gleich Ranghahn und sehen uns gleich nach einem kurzen Cut. Willkommen zurück zur ersten Runde Operation Goldfisch auf der Timmlerkuppel und ja, wir spielen mit dem Zielkonzentrator. Oh, oh, drei Sliper. Na, ich muss das meiste wegkennen, weil ich hab die beste Sliper. Ja, na, tschüss Sliper. Bam! Ah, ich seh grad nichts. Warte! Ah, Mist. Ganz knapp. Ah, jetzt. Ähm, warte mal. Hallo, hallo, hallo. Val. Ich tecke mich heute zu.... Zuuuu, tu, tu, tu.. do, du, du... du, 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 duDi, du, 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 du... Du? 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 die ist das körper ist der boden die vier gegen den machen ist halt so oh mein jahr ist fucking gut ich kann mich schon wieder zu mir ich weiß nicht wo die sind die wollen von woanders Hä? Oh shit, der war schon wieder unten, wenn du so ein bist. Fuck, fuck, fuck. Ja komm, lass mich ran sooomen. Nein! Na Leute, los, geh den doch mal! Nein, nix. Ach du Scheiße. Ich höchst zu mir. Ich weiß so, wo die Typen sind. Das ist ein Kog-Speak-Muckers. Das ist ein Kog-Speak-Muckers. Ich höre mal los in den Turum. Ja, wo lang? Oh fuck. Ja, da kann ich nicht machen. Aber ich hab den gut gehetter, das ist gut. Und ja, und auch die Führung ist auch gut. Ja, du musst auch mal bald zu integrieren. Also, das kann ich halt nicht so... Und aufnehmen, so 3,3 ist aber auch schon viel. Aber ich will halt wieder 4 oder 5 machen. So, geht aber wahrscheinlich diesmal nicht. Pass auf! Typ! Ich kann nicht lange helfen. Das Typen... Geh! Geh! Yes, gewonnen! Dann sehen wir uns gleich nach einem kurzen Cut. Wir kommen zurück. Ich muss die Lobby wechseln, weil es hat keiner... 8 Mitspieler gefunden. Und ja, und wir sind jetzt... Und wir spielen jetzt... Ähm... Auf der Map... Camp... Schützen Fisch. Trump... Danke... Danke... ... Ich hab' call' der Gegner keines Neubau. Warte mal, wo ist der... Hä, der ist immer gefallen. hey was haben wir für ein gegner loskommt na ey warum kinder genau wie ich dieser matteo egal ich bleib lieber diesmal da wo ich bin sonst sterbe ich noch gerade eben ich kann nur sagen so wie ich liebe muss vor sich da kommt passiert jetzt mal endlich was hallo Papa da Medusa-Klecksrabe in der dritten Folge die heute früh hochgeladen habe wo ich da übelst abgegangen bin was ist das für Arschgesichter das ist doch nicht dein fucking ernst vielleicht kann ich so weit ran zielen was ist das Problem und jeder ist gestorben so 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 itse so 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 bei nächsten folge von splatoon